Bis jetzt haben Sie hart gearbeitet oder Sie haben zumindest die Handreichungen bekommen, die Ihnen helfen werden, hart zu arbeiten. Jetzt können Sie sich gemütlich zurücklehnen und ich habe noch ein paar Tipps für Sie und die werden Ihnen das Leben hoffentlich leichter machen. Benennen Sie die Datei Ihrer Arbeit nicht einfach Pro-Seminar oder Laborprotokoll, auch wenn es bisher die einzige Pro-Seminar-Arbeiten das einzige Laborprotokoll ist. Das wird nicht so bleiben und Ihre Dozentin oder Ihr Dozent hat wirklich Besseres zu tun, als 25 Arbeiten mit demselben Namen umzubenennen. Falls es in der Lehrveranstaltung eine Vorgabe zur Fallbenennung gibt, folgen Sie der unbedingt. Ansonsten möchte ich Ihnen nahelegen, Namen und Titel der Arbeit in den Pfeilnamen zu nehmen. Speichern Sie Ihren Text am besten täglich mit einem neuen Datum, zum Beispiel indem Sie das Datum voranstellen. Wenn Ihre Datei dann etwas zustößt, haben Sie maximal einen Tag Arbeit verloren. In einer ruhigen Stunde können Sie mal nachschauen, wie viel Text Sie an einem Tag im Durchschnitt schaffen, denn das ist das Wichtige, nicht die Höchstleistung. Wenn Sie Ihre Arbeit in einem Ordner zur Lehrveranstaltung speichern, den Sie nach Semesterart und Titel der Lehrveranstaltung benennen, haben Sie auch gleich ein gutes Ordnungssystem für den Rest Ihres Studiums. Wenn man sucht, findet man unendlich viel Literatur. Mit jedem Fund läuft man Gefahr, den Fokus, den man für seinen Text gesetzt hat, aus den Augen zu verlieren. Wer strukturiert angeht, erlebt, dass die mühsam erarbeitete Struktur in Gefahr gerät und kommt aus dem Plan gar nicht mehr heraus. Wenn Sie darauf losschreiben, kommen Sie nie an den Punkt, an dem die Struktur für Sie greifbar wird. Darum machen Sie einen Schnitt, ab dem Sie nicht mehr recherchieren, keine neue Literatur mehr lesen und keine neuen Aspekte mehr in Ihre Arbeit einführen. Arbeiten Sie mit dem, was Sie bis dahin erarbeitet haben. Wenn etwas fehlt, machen Sie sich eine Notiz in den Text. In der Überarbeitungsphase können Sie darauf zurückkommen. Dann dürfen Sie auch wieder recherchieren. Darum nennen wir diesen Punkt, an dem es nicht mehr zurück in die Recherche geht, sondern ans Schreiben. Point of no return. Willkommen in der Rohtextphase. Was tun, wenn Sie Text produziert haben, der nicht oder nicht mehr in die Arbeit passt? Es tut weh, ihn löschen zu müssen. Viele Schreibende legen für solche Textfragmente ein Dokument an. Meines heißt Texthalde, andere Textteile, for later use, Reservetexte, Fragmente und so weiter. Dort packen Sie Ihren Text, bis er vielleicht in eine andere Arbeit passt. Bevor es soweit kommt, machen Sie nach ein paar Tagen Schreiben ein Clustering entlang der Struktur Ihrer Arbeit und überlegen Sie sich, was ist ein Must-Have, was ist ein Nice-to-have und was ist überflüssig? Das Überflüssige lassen Sie natürlich weg. Und wenn die Zeit knapp wird, ist klar, worauf Sie sich konzentrieren müssen. Ein Klassiker. Sie wollen einen Überblick schreiben, es gibt sich widersprechende Forschungsergebnisse oder Theorien oder Ansätze. Also ich nenne das jetzt hier mal Positionen. Manche Schreibende verbringen viel Zeit damit, sich zu fragen, ob sie die verschiedenen Positionen nacheinander beschreiben sollen, um sie am Ende zu vergleichen oder ob sie Aspekt für Aspekt gegenüberstellen sollen. Beides ist gut. Beides ist einerseits leichter, andererseits schwieriger. Verschwenden Sie darum nicht Ihre Zeit, die optimale Lösung zu suchen. Machen Sie eine Tabelle, in der Sie die Position Aspekt für Aspekt gegenüberstellen. Fügen Sie eine Spalte ein, in der Sie notieren, wie Sie jeweils dazu stehen, welchen Aspekten Sie zustimmen würden und warum. Und auch welchen nicht natürlich. Im Idealfall haben Sie Exzerpte gemacht, auf die Sie jetzt zurückgreifen. Haben Sie nicht den Anspruch, dass eine solche Tabelle immer ein kohärentes Bild ergibt. Betrachten Sie sie als Instrument. Sie werden sehen, dass es Überlappungen, Auslassungen und unterschiedliche Wertungen oder Perspektiven gibt. Markieren Sie die Aspekte, die Ihnen besonders wichtig erscheinen, fett. Gibt es eine vorherrschende Position? Gibt es eine, an der Sie sich besonders reiben? Beginnen Sie mit einer Position und erheben Sie die Aspekte hervor, die charakteristisch sind. Gehen Sie dann auf die Aspekte ein, die andere kritisch sehen und sagen Sie, warum Sie dagegen sind oder übereinstimmen. Mit der Tabelle im Rücken hervorgehobenen wichtigen Aspekten und dieser Herangehensweise ergibt sich die Reihenfolge dann fast von selbst. Wenn Ihre Tabelle gut geworden ist, also wenn durch die Form der Darstellung etwas besser sichtbar wird, als wenn Sie es nur beschreiben, sollten Sie sie in Ihre Arbeit einbauen. In dem Fall müssen Sie beschreiben, worum es bei der Tabelle geht, den Aufbau und explizit machen und wirklich Ihren Leserinnen sagen, was Sie sehen sollen und warum Sie das bemerkenswert finden. Das gilt übrigens für jede Form von Abbildungen. Und vergessen Sie nicht die Bildunterschrift. Manchmal ist es schwer zu entscheiden, ob ein Begriff belegt werden muss. Muss ich zu Arbeitsgedächtnis eine Publikation nennen? Diese Entscheidung können Sie in der Rotex-Phase getrost aufschieben. Wenn Sie eine Referenz haben, schreiben Sie sie im Zweifelsfall dazu, ansonsten machen Sie sich eine Notiz in den Text und fragen nach. Ein Plagiat begehen Sie nur, wenn Sie vorsätzlich handeln. Indem Sie Ihre Unterlagen sammeln, ist das Entstehen Ihres Textes nachvollziehbar. Sammeln Sie Ihre ersten handschriftlichen Notizen, Cluster, Zeichnungen, Exzerpte, Tabellen, Abbildungen, Ausdrucke und so weiter in einem Ordner oder digital. Speichern Sie alle Versionen Ihrer Arbeit. Halten Sie die Regeln des Zitierens ein. Sollten Sie dann zu einer fast wortgleichen Formulierung kommen oder einen Gedanken haben, den andere schon vor Ihnen hatten, können Sie leicht zeigen, dass Sie nicht vorsätzlich gehandelt haben. Wie sollen eigene Gedanken im Text erkennbar werden, wenn in der Wissenschaftssprache das Ich verboten ist? Seien Sie pragmatisch. Sie sind in der Rotex-Phase. In dieser Phase dürfen Sie Ich schreiben, so viel Sie wollen. Mit der sprachlichen Überarbeitung befassen Sie sich später. Bis dahin fragen Sie Ihren Dozenten oder Ihre Dozentin, ob Sie das Ich verwenden dürfen. Fächer und auch einzelne Lehrende haben, was das Ich angeht, unterschiedliche Konventionen. Schreibprozesse sind wahre Diven. Wenn man eingetaucht ist, in den Flow kommt und beginnt Zusammenhänge zu sehen, wenn die Ideen sprudeln, ist Schreiben großartig. Aber schon kurze Unterbrechungen bringen uns leicht raus und dann dauert es, bis wir wieder dort sind, wo wir waren. Das liegt sicher auch daran, dass wissenschaftliches Schreiben kognitive Schwerstarbeit ist. So banal das jetzt klingt, achten Sie darauf, dass Sie genug Schlaf bekommen. Schreiben heißt auch, permanent Entscheidungen treffen zu müssen. Die Folgen darf man dann selbst ausbaden. Wenn zwischen zwei Arbeitssessions am Text einige Zeit vergeht, weiß man manchmal gar nicht mehr, warum man etwas so oder so entschieden hat. Machen Sie sich Notizen in den Text, zum Beispiel als Kommentare oder mit einer Markierung. Manchmal fällt es schwer, einen Satz zu formulieren und man überlegt ewig, wie man es sagen soll. Zeichnen Sie, schreiben Sie Ihre Gedanken irgendwie auf. Wenn Sie mehrere Sprachen sprechen, darf das ruhig ein Sprachengemisch sein. Wichtig ist, dass Sie dranbleiben. Nicht nur Ihr Schreibprozess ist fragil. Seien Sie nett zu sich. Sie leisten harte Arbeit. Stattdessen fesseln und knebeln Sie Ihren Perfektionismus. In der Überarbeitungsphase können Sie ihn dann wieder freilassen. Zu guter Letzt, vielleicht haben Sie das Gefühl, dass nur Sie wissenschaftliches Schreiben anstrengend finden. Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Und nicht allein gelassen. Das Schreiblabor der Universität Bielefeld pflegt eine Liste der deutschsprachigen Schreibeinrichtungen und Projekte. Machen Sie sich schlau, was Ihre Hochschule zu bieten hat. Vielleicht gibt es eine offene Schreibgruppe oder eine lange Nacht der aufgeschobenen Seminararbeiten. Probieren Sie es aus. Schreiben in der Gruppe kann das Leben schöner machen. Imiefelst. In der Gerechower Grazie Kuiken Vielen Dank.